Ich möchte mir an dieser Stelle noch kurz die Freiheit nehmen, einen Text vorzulesen, den ich im Internet gefunden habe und auch weiter gepostet habe. Wenn mir im Januar 2020 jemand gesagt hätte, dass es möglich ist, binnen 24 Stunden eine ganze Bevölkerung wegzusperren, unter Strafe verboten ist, sich mit der Familie zu treffen, unter Strafe verboten ist, sich frei zu bewegen und zu tun, was man möchte, zusammen mit anderen Menschen. Alle Geschäfte und Dienstleistungen geschlossen werden müssen, binnen 24 Stunden ein Gesetz einfach umgeschrieben werden kann, um einem Politiker eine Generalvollmacht zu erteilen, das Volk mundtot zu machen und unserer Grundrechte zu berauben, dass eine Zwangsimpfung kommen könnte, Mundschutz gesetzlich vorgeschrieben wird, wir mit Drohnen überwacht werden, Polizei vor unserem Haus patrouilliert, um Sünder zu bestrafen, uns vorgeschrieben wird, ob, wann, wo, wie wir arbeiten dürfen oder eben nicht mehr dürfen, dass Tracking von Staats wegen erlaubt und eingeführt werden würde, Versammlungsverbot herrscht und Gruppenaktivitäten verboten werden und dass in jedem Bundesland andere Regeln herrschen, ich hätte alles verwettet, dass das niemals möglich sei. Wenn mir im Januar 2020 jemand gesagt hätte, dass das Volk sich wie Schafe auf die Schlachtbank führen lässt und dies alles mitspielt, weil es der Manipulation durch Politik glaubt und in Angst, Schrecken und Starre verfällt, ich hätte es niemals geglaubt. Heute, im April 2020, halte ich alles für möglich. Zwangsimpfung, Reiseverbot ohne was auch immer, Abschaffung von Bargeld, Polizeistaat und Diktatur, Personentracking oder dass wir gechippt werden, Totalüberwachung mit Bestrafung bei Missachtung oder Regelverstoß. Und warum? Weil das Volk wie gelähmt ist, die Hirnströme wohl nicht mehr fließen, das Denken ausgeschaltet wird, sich verhält wie Marionetten in einem Theater. Unfassbar, was Angst mit Menschen macht. Macht kommt von Machen. Wenn das Volk so weiter mitmacht, ist es ein für alle Mal aus mit der Demokratie. Denn, das hat sich ja jetzt für die Machthaber sehr schön gezeigt, wie einfach es ist, uns zur Schlachtbank zu führen. Emotional, menschlich, finanziell, sozial, ethisch sind wir bankrott. Wie geschlachtet. Und manche bejubeln es sogar noch. Ich bin fassungslos. Kopieren erlaubt, gefunden und geteilt. Tschüss mit f.